Ich bin Ueli Mohr, bin seit 29 Jahren der Dirigent des Joder Club St. Steffen. Als Göln uns fragte, ob wir für dieses Projekt helfen würden, haben wir sofort zugesagt, weil Göln ein geerdeter, flotter Bürger ist. Wir sind stolz, dass wir dabei sein dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017